Hallo YouTube und willkommen bei unserem nächsten Kampf in Skylanders Giants. Heute kämpfen wir in der Arena Sonnenaufgang-Türme. Wir treten an. Twi-Rex gegen Stierf-Elf Ganz leid, tödlich. Twi-Rex gegen Stealth-Elf 3, 2, 1 Ich bin glücklich mit meiner kleine Nächte Emily, die ist auch wieder da und sie ist 11. Spielfeld ist einer, glaub ich, der stärkste Skylander. Also muss ich aufpassen. Aber ich bin ein Giant. Und ich werde gewinnen. Aufentliche. Bam! Bam! Oh, das könnte... Los! Oh, wieso greift mein Kugel nicht an? Oh, ja. Und das war ein kurzer Kampf. Und der Gewinner ist Stierf-Elf. Stierf-Elf 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 Stierf-Elf